Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmax und meinem Kleinkonto. Heute folgt Tag 26. Wer die anderen Videos noch nicht gesehen hat, findet diese in den Playlists. Ich handele 60 Sekunden bis 2 Minuten und beginne mit 40 Euro. Zunächst suche ich mir einen passenden Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien. Ich mache hier mal zwischen 2 und 5 Trades. US-Dollar, Yen sieht ganz gut aus. Hier steige ich ein. Ich steige nochmal ein. Ich steige noch. 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 Den ersten Trade habe ich gewonnen. Den ersten Trade habe ich gewonnen. Den ersten Trade habe ich gewonnen. Den ersten Trade habe ich auch gewonnen. Den ersten Trade habe ich gewonnen. Den ersten Trade habe ich gewonnen. 10.000 Euro pro Monat. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.